Genau, dann erstmal von meiner Seite aus, hallo und schönen guten Abend. Ich bin Kim vom Pochenteam und wir haben gemeinsam diese wunderbare Biennale geschaffen, unter dem Titel Die neue Vermessung der Welt und ich hoffe, alle waren schon in der Ausstellung. Genau, ich begrüße auch unsere Gäste zu der Abendveranstaltung Die hybride Gesellschaft beziehungsweise wie sehr KI und Mensch gleichberechtigt sind. Und zu der Frage, ob wir in einer hybriden Gesellschaft leben, würde ich ja sagen. Alleine deshalb, damit mir die Überleitung gelingt, weil wir heute nicht nur in einer hybriden Gesellschaft leben, sondern auch eine hybride Veranstaltung haben. Ich begrüße ganz herzlich Theresa Züger, die uns digital aus Berlin zugeschaltet ist und ich begrüße Anja Strobl, die sozusagen den Weg analog zu uns gefunden hat und natürlich begrüße ich auch unseren wunderbaren Moderator Pascal Anselmi. Zwei, drei Sätze noch zur Pochenbiennale. Genau, in der Ausstellung findet man Kunst, die, ich fange früher an, die neue Vermessung der Welt. Genau, behandelt die Frage, wie Daten gesammelt werden, wie sie ausgewertet und auch in welchen Clustern sie zusammengefügt werden können und das Ganze auch in manchen Kunstwerken durch die KI. Und noch einen Schritt früher, letztes Jahr um diese Zeit hatten wir ein Symposium und haben dort auch die Frage behandelt, wie objektiv die KI ist. Die Frage beantworte ich jetzt nicht, verweise viel lieber auf das Video, was bei uns auf YouTube online ist. Und umso mehr freue ich mich über die heutige Abendveranstaltung, weil der Mensch und die Interaktion zwischen Mensch und KI in den Fokus rückt. Genau, und somit übergebe ich das Wort an Pascal und wünsche uns einen schönen Abend. Ja, danke Kim für die lieben Worte. Ich darf Sie, ich darf Euch auch nochmal recht herzlich begrüßen zu unserem Talk. Sind Menschen und künstliche Intelligenz gleichberechtigt? Die großen Fragen, die wir heute beantworten wollen, ist, wie funktioniert KI überhaupt und was ist eigentlich jetzt nur Hollywood? Was sind hybride Gesellschaften und wie leben wir darin schon? Und wie nutzt uns das alles für so ein besseres Zusammenleben und für ein besseres Miteinander? Der Fokus ist dabei nicht, wie es Kim schon gesagt hat, auf einer technischen Ebene, sondern eher auf der gesellschaftlichen und auch nicht auf der dystopischen und den Zeigefinger hebenden Gefahrenebene, sondern wir wollen eher herausfinden, welche Chancen und Möglichkeiten es gibt und auch einen verantwortungsvollen Umgang beleuchten. Wie gesagt, mein Name ist Pascal Anselmi, ich bin Podcast-Redakteur und Kulturmanager und denkbar ungeeignet, diese Fragen zu beantworten. Deswegen habe ich zwei hervorragende Expertinnen hier mit bei mir auf dem Podium, sowohl digital als auch analog in einer hybriden Veranstaltung Online zugeschaltet, Dr. Theresa Züger. Sie ist Forschungsgruppenleiterin der NachwuchsforscherInnen-Gruppe Public Interest AI und außerdem Co-Leiterin des AI und Society Labs und live vor Ort heute Prof. Dr. Anja Strobl, Inhaberin der Professur Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik an der TU Chemnitz und umdrehen noch Projektleiterin des Projekts Verantwortung in hybriden Gesellschaften und das im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies, ebenfalls der TU. Gemeinsam wollen wir jetzt nur zum Ablauf ungefähr eine Stunde zum Thema sprechen und danach wollen wir das Podium ein wenig öffnen und euch Ihnen ein paar Fragen gestatten, erlauben, wünschen, erbeten. Also wenn euch jetzt schon Fragezeichen irgendwie während der Veranstaltung auftauchen, sammelt sie bitte und stellt sie dann am Ende geballt. Und ich will jetzt erst mal ein bisschen was rausfinden über meine Gäste. Vielleicht fangen wir direkt bei Frau Züger an. Frau Züger, Public Interest AI, Schnittstelle Wissenschaft, Industrie, Gesellschaft. Was genau machen Sie da in Ihrer Forschungsgruppe? Was ist Ihr Kernfokus, an dem Sie da arbeiten? Ja, das erkläre ich sehr gerne. Wir forschen dazu, wie KI dem Gemeinwohl dienen kann. Also dafür steht Public Interest. Und das machen wir einerseits theoretisch. Ich komme selber auch aus der politischen Theorie, habe aber eine sehr interdisziplinäre Forschungsgruppe. Also wir haben auch einen Computer Scientist in der Gruppe, eine Computerlinguistin, eine Designerin und einen Data Scientist. Und wir beschäftigen uns einerseits damit, was heißt eigentlich Gemeinwohl für so eine Technologie wie KI-Systeme? Was heißt es allgemein? Weil es ist ja ein sehr wichtiger politischer Begriff. Aber wie kann man das im Grunde in ein solches technisches System vielleicht übersetzen, in Anforderungen an ein solches System? Und wir beschäftigen uns auch sehr praktisch damit. Also drei ForscherInnen in der Gruppe sind Doktoranden, die jeweils ein eigenes Projekt haben. Zum Beispiel die Computerlinguistin produziert einen Prototypen, der dabei hilft, Deutsch, Standarddeutsch in einfache Sprache zu übersetzen. Und wir stellen das dann auch zur Verfügung, dem Gemeinwohl zur Verfügung, weil alles, was wir produzieren, sind im Grunde für uns auch Testläufe, gemeinwohlorientierte KI auf den Weg zu bringen und zu verstehen, wie verändert sich mit diesem Ziel der Gemeinwohlorientierung auch der Prozess der Entwicklung? Was muss man dann alles mitdenken, wenn man anders mit Daten umgehen möchte, anders mit Teilhabe umgehen möchte? Weil dieser Gemeinwohlbegriff, der bringt sehr viele Anforderungen mit sich. Das ist ein toller, wichtiger politischer Begriff, mit dem wir uns beschäftigen und den wir jetzt für diese Technologie versuchen, in die Tat umzusetzen. Genau, das machen wir in dieser Forschungsgruppe. Dankeschön. Und Frau Struppel, bei Ihnen hatten wir jetzt auch schon gerade gehört, Hybrid Societies ist so ein klangvoller Name, an dem Sie da arbeiten, am Sonderforschungsbereich. Was machen Sie und aus welcher Richtung nähern Sie sich dem Thema? Ja, Interdisziplinarität, was Frau Züger gerade schon ansprach, ist in diesem Sonderforschungsbereich in der Tat auch eigentlich das ganz wesentliche Wort. Denn bevor ich sozusagen dazu komme, was ich da konkret mache, ist es vielleicht sinnvoll, etwas dazu zu sagen, was der Sonderforschungsbereich allgemein tut. Also Hybrid Societies ist der Oberbegriff, der Name dafür. Und was dort passiert ist, dass tatsächlich Forschende aus allen acht Fakultäten der TU Chemnitz miteinander arbeiten. Das heißt, da haben wir ForscherInnen aus Maschinenbau, Robotik, Elektrotechnik, Informatik, Mathematik, aber eben auch einen großen Anteil PsychologInnen, SoziologInnen und Medienforschende, die sich zusammengefunden haben und letztlich daran arbeiten, grundlegende Fragen sich anzuschauen, wie ein möglichst störungsfreies, reibungsloses Miteinander von Menschen und in unserem Fall geht es um verkörperte künstliche Akteure möglich werden kann. Was da Grundvoraussetzungen sind, was ganz praktisch auch in der Gestaltung, in der Entwicklung, auch was Frau Züger schon ansprach, mit betrachtet werden sollte. Und das Teilprojekt, in dem ich tätig bin, da arbeite ich mit einer Juristin zusammen, beziehungsweise wir sind RechtswissenschaftlerInnen und PsychologInnen, die gemeinsam in diesem Team sind. Und womit wir uns beschäftigen, ist eben die Frage von Verantwortlichkeit in hybriden Gesellschaften. Also will heißen, welche Merkmale sind es denn bei Mensch und Maschine, die ein verantwortungsvolles Handeln in einem solchen Miteinander ermöglichen. Das ist eine Hauptfrage, die uns beschäftigt. In welcher Weise sind Menschen bereit, auch Merkmale, die wir beim Menschen für verantwortliches Handeln als relevant ansehen, auch auf Maschinen zu übertragen, Maschinen überhaupt zuzuschreiben, Robotern zuzuschreiben, eben künstlichen AkteurInnen. Und das sind so Fragen, die uns dort beschäftigen, und zwar eben sowohl aus psychologischer Sicht, das ist also meine Aufgabe, als auch eben tatsächlich ganz praktisch, muss man sagen, aus juristischer Sicht, nämlich mit der Frage, wer ist denn zum Beispiel haftbar, wer kommt denn in die Verantwortung, wenn was schief geht? Und inwiefern kann da tatsächlich auch künstlichen Akteuren eine Verantwortung auch zugeschrieben werden, auch im juristischen Sinne? Bevor wir uns den Themen Verantwortung nähern, würde ich ganz gerne erstmal diesem klangvollen und ja auch fast schon mystischen Begriff künstliche Intelligenz ein bisschen hier umreißen. Wir haben ein Vorgespräch geführt zu dritt und Frau Züger, Sie haben mir gesagt oder uns gesagt, Sie finden den KI-Begriff ein bisschen schwierig. Können Sie das vielleicht nochmal erläutern, warum? Also was Ihr Problem mit dem künstlichen Intelligenzbegriff ist? Ja, also es ist ein sehr aufgeladener Begriff, dessen Bedeutung eigentlich sehr umstritten ist und der auch eine gewisse historische Genese hinter sich hat, was eigentlich auch als Technologien unter künstlicher Intelligenz verstanden wird. Und ich glaube, ganz grundlegend wird der Begriff heute von zwei Strömungen beeinflusst. Das ist auf der einen Seite der technische Diskurs, die Informatik, die künstliche Intelligenz als einen bestimmten Teilbereich der Informatik versteht und im Moment vor allem Techniken des Machine Learnings unter künstlicher Intelligenz versteht. Das ist ein sehr dominantes Verständnis derzeit, aber künstliche Intelligenz hat über die Jahrzehnte auch andere Techniken gemeint. Und das andere ist ein fiktionales Narrativ über künstliche Intelligenz, was wir vor allem aus Hollywood-Filmen kennen, was aber unseren Diskurs über künstliche Intelligenz ganz massiv beeinflusst, weil damit bestimmte Fantasien entstanden sind, sehr große Hoffnungen an maschinelle Intelligenz, die menschenähnlich sein soll und genauso sehr auch dystopische Fantasien über diese Art der maschinellen Intelligenz. Und das beeinflusst auch den tatsächlichen politischen Diskurs ganz massiv. Und deswegen haben wir einen sehr verzerrten Diskurs, als wenn wir über künstliche Intelligenz reden. Und das ist ein sehr aufgeladener Begriff dadurch geworden. Und ich finde es an vielen Stellen leichter, wenn wir über ein bestimmtes technisches System reden, zu versuchen, dieses System zu benennen. Also geht es um Natural Language Processing und was soll genau in diesem System passieren? Und es hilft eben auch, wenn man genauer spezifizieren kann, was da zum Einsatz kommt, welche Daten beispielsweise eine Rolle spielen. Und dann wird das Ganze wesentlich greifbarer für Menschen. Und wir kommen weg vor allem von der Idee, dass künstliche Intelligenz eine gleiche Einheit wäre. Weil die Systeme, über die wir reden, das sind sehr, sehr unterschiedliche, mit sehr unterschiedlichen Anwendungsfeldern. Und dieser Begriff, der verdeckt das ein Stück weit. Und wie würde man das denn auf? Also es klingt ja jetzt schon sehr spezifisch, wenn Sie das so beschreiben. Also vielleicht tröseln wir das nochmal auf. Wenn jetzt der Informatiker oder die Informatikerin von KI spricht, was ist denn dann landläufig gemeint, was in Hollywood vielleicht nicht gemeint ist? Genau, das erkläre ich sehr gerne. Also wie gesagt, es geht dann meistens um maschinelles Lernen. Und damit gemeint sind heutzutage vor allem sogenannte neuronale Netze. Und was sich hinter neuronalen Netzen verbirgt, das sind im Grunde sehr komplexe mathematische Funktionen, die durch ein Computersystem errechnet werden. Und in diesen Netzen werden eben ganz viele Neuronen in verschiedenen Ebenen angeordnet. Es gibt ein Eingangssignal und am Ende ein Ausgangssignal. Und über diese mathematischen Funktionen, die innerhalb dieses Netzes ausgeführt werden, also es ist im Grunde immer Mathematik, um was es geht bei neuronalen Netzen, können bestimmte Aufgaben, die vorgegeben sind, zumindest mit einem groben Ziel, gelöst werden und optimiert werden. Also es geht dabei immer um das Errechnen einer Wahrscheinlichkeit, wenn ich zum Beispiel verstehen möchte, ist auf einem Bild ein menschliches Gesicht abgebildet oder nicht, dann ist das die Aufgabe, die ich dem neuronalen Netz gebe. Und das Netz wird mir am Ende sagen können, zu wie viel Prozent es glaubt, dass auf einem bestimmten Bild ein Gesicht ist oder nicht. Und was wichtig ist, ist zu verstehen, diese Netze, die wissen das in der Regel nicht von selbst. Also es gibt auch unsupervised learning, aber in vielen Fällen wird zunächst lange, lange trainiert, damit diese Netze diese Aufgabe erfüllen können. Und das heißt, dass man ihnen bereits bewertete Daten einspeist. Und das sind Daten, die eben durch Menschen annotiert werden müssen. Also Menschen sitzen dann da ganz faktisch und müssen sagen, ist auf diesem Bild ein Gesicht, ja oder nein. Und aus diesen kleinen Beispielen kann das System dann lernen. Und das nennt man das Training. Das ist ein ganz wichtiger und auch großer Teil des Prozesses. Und deswegen sind Daten so wichtig für künstliche Intelligenz, weil nur durch eine sehr große Zahl von Daten können solche Systeme trainiert werden. Und vielleicht als Ergänzung, weil Sie auch fragten, wo ist jetzt der Unterschied zu dem, was die fiktionale Vorstellung ist, gerade diese Eigenständigkeit der künstlichen Intelligenz ist, glaube ich, ein ganz häufiges Fehlverständnis, dass so diese Autonomie eigentlich schon sehr oft angenommen wird und ja auch suggeriert wird, ob nun jetzt in Positiv- oder Negativ-Szenarien der Zukunft. Und von einer solchen vollständigen Autonomie, tatsächlichen, echten Autonomie, sind wir halt erheblich entfernt, kann man sagen. Also das ist, denke ich, eine große Lücke sozusagen zwischen dem, was tatsächlich bereits möglich ist und dem, was vermutet wird, was möglich ist oder was erwartet wird und was vielleicht auch dann mit entsprechenden Bedenken oder Ängsten einhergeht. Es sind lernende Systeme auf Basis dessen, was wir zum Lernen geben. Und in den Eingangsvoten wurde das Thema dieser Objektivität durch den Lernstoff, durch die Art, was wir reingeben, ja schon mal mit angesprochen. Und das ist etwas, was man immer im Kopf haben muss. Also ein Ergebnis einer künstlichen Intelligenz ist basierend auf dem, was wir reingeben. Mit allem Positiven, aber auch mit allen Verzerrungen, die wir reingeben beim Lernen. Frau Stubel, dann würde ich gleich nochmal nachfragen, wenn jetzt diese KI-Begriffe oder diese gesellschaftliche Betrachtung von KI so polarisiert, würde ich sagen. Also sowohl in positive, als dass das jetzt der große Hoffnungsschimmer am Horizont ist, als auch das dystopische Untergangsszenario. Woher kommt denn diese Ängste und Hoffnung, die sich da so, ja eigentlich an dieser Maschine, wie es Frau Züger eigentlich relativ nüchtern beschrieben hat, die da relativ einfach ist. Warum ist das so aufgeladen, dieser Begriff? Ich denke, Frau Züger hat einiges Wichtiges schon gesagt. Also woher kennen wir das denn? Wir kennen das aus Büchern, wir kennen das aus Filmen, wir kennen das auch aus vielleicht Zukunftsszenarien, die teilweise, ich würde sagen, auch manchmal in vielleicht ungünstiger Weise, ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen würden, Frau Züger, auch kommuniziert werden in dem, was für rosige Zukunft auf uns wartet, in der Entwicklung, also durchaus auch in der öffentlichen Kommunikation. Manchmal die Vorsicht ein bisschen fehlt, wirklich die Grenzen auch genauso bedacht zu kommunizieren wie die Möglichkeiten. Und dann kommen Ängste, das ist nicht nur im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz so, sondern das wissen wir aus Forschung in der Sozialpsychologie, aus ganz vielen Studien, kommt durch fehlenden Kontakt, fehlende Vorerfahrung. Und den meisten von uns fehlt schließlich der Kontakt, fehlt die Erfahrung. Wir wissen nicht, wie es sich anfühlt, mit tatsächlich einem künstlichen Akteur zusammen in einem Team zu arbeiten, dem vielleicht vertrauen zu müssen, seinen Entscheidungen. Und wenn dieser Kontakt fehlt, dann ist die Vertrauensbasis, also es fehlt noch die Basis, um ein Vertrauen aufzubauen. Und das ist auch in allen Modellen, die sich mit Vertrauen in diesem Kontext beschäftigen, auch sehr schön etwas, was man finden kann, zu sagen, Erwartungen, Einstellungen gegenüber, wir sprechen ja gar nicht von künstlicher Intelligenz, weil es uns konkret eben in dem Sonderforschungsbereich um eben diese verkörperten digitalen Technologien geht, also das, was vielleicht jetzt im Alltag gemeinhin mit Unterrobotern verstanden wird, in verschiedenen Formen, verschiedenen Ausführungen. Aber damit ich Ängste abbauen, Vorbehalte abbauen kann und eine realistische Erwartung entwickeln kann, brauche ich natürlich einfach das Erleben. Und dann kann ich sehen, ist das vorhersagbar für mich, was mein Gegenüber tut? Ist das erklärbar, was da passiert? Ist mir das angenehm, der Kontakt? Und in welche Nähe, Ferne empfinde ich, welche Merkmale schreibe ich meinem Gegenüber zu? Das ist, was wir uns auch anschauen. Schreibe ich denen Kompetenz zu? Schreibe ich denen eine gewisse Wärme zu? Schreibe ich denen Moralmerkmale zu? Und wenn ich die Chance erstmal habe, dann ist erstmal die Voraussetzung da, um so ein grundlegendes Vertrauen aufzubauen. Und dann eben vor allem auch realistische Erwartungen aufzubauen. Und denken Sie, dass das sich, weil man findet ja immer wieder künstliche Intelligenz, ich hatte letztens irgendwie einen Chat-Roboter, bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob es ein Roboter war. Ich hatte so eine sehr seltsame Kundendienst-Situation, wo ich jetzt nicht wusste, ob das da jetzt ein Mensch ist oder kein Mensch ist. Das hat jetzt nicht unbedingt zur Vertrauensbildung beigetragen. Denken Sie, das ist etwas, was sich einschleift über die Jahre, dass man sich einfach dem aussetzt und sich dann irgendwann daran gewöhnt? Oder ist das ein Prozess, der aktiv gesteuert werden muss und kann? Und wenn ja, wie? Das sind große Fragen. Ich würde sagen, es ist beides. Also es wird zunehmen, die Verflechtung im Alltag wird zunehmen. Sie ist jetzt schon stärker an manchen Stellen, darüber hatten wir im Vorgespräch ja auch schon gesprochen, als man vielleicht sich so bewusst macht. Also wo habe ich überall schon Kontakt mit letztlich künstlicher Intelligenz im Sinne von algorithmischen Entscheidungen? Also jede Kunden, die dies gekauft haben, kauften auch. Auch ist ein Kontakt, den wir auf einer sehr simplen Ebene schon haben. Jeder Alexa, die jemand im Haus stehen hat, ist ein Kontakt. Das sind alles solche Dinge und da wird teilweise schon sehr vorbehaltsfrei kommuniziert und Daten gegeben, was an anderer Stelle eben mit größeren Sorgen verbunden ist. Also ich denke, allgemein wird die Verflechtung zunehmen. Es wird vielleicht auch selbstverständlicher für Personen, die zum Beispiel in größeren Fabrikfertigungen arbeiten, auch zu sehen, dass Industrieroboter zunehmend eingesetzt werden. Also jemand, der in so einer großen Fertigungshalle jetzt schon arbeitet und das sieht, wie da die kleinen autonomen Fahrzeuge kommen und den Nachschub bringen oder wie Kollegen mit Exoskeletten arbeiten, um den Rücken zu entlasten, wird da jetzt schon ein anderes Bild davon haben, als Personen, die diesen Kontakt noch nicht hatten. Wenn man das das erste Mal sieht, ist das vollkommen faszinierend, weil es wirklich ein bisschen eine andere Welt ist, die dort schon relativ selbstverständlich ist. Also das ist das eine, dass es zunimmt und dass natürlich dadurch mehr Menschen in den Kontakt kommen. Aber ich denke schon, dass wir auch eine, natürlich eine Informations- und eine letztlich auch Steuerungsaufgabe haben, Kontakte herzustellen, Informationen zu geben, die das ermöglichen und Ähnliches. Und wenn Sie jetzt auch mit so verkörperten Intelligenzen arbeiten, es gibt ja auch dieses berühmte Uncanny Valley, also wo man quasi eine sehr abstrakte KI ist, dann doch besser als eine irgendwo dazwischen, wo es dann unangenehm wird. Ist das auch noch ein Faktor, der da bei der Vertrauensbildung oder bei der Akzeptanz eine Rolle spielt? Ja, aber das ist auch schon wieder ein komplexes Thema. Und ich habe vorhin zu Ihnen gesagt, wir sagen in der Psychologie, so oft kommt darauf an. Und das ist bei dieser Frage, wie menschlich jetzt ein Roboter gestaltet ist, ganz unbedingt der Fall. Also die Studien, die jetzt bei uns im Team gelaufen sind, auch in Kooperation mit anderen Kollegen, die zeigen zum Beispiel, dass unsere Stereotype, die wir im Umgang mit anderen Menschen haben, auch wunderbar zuschlagen, im negativen Sinne kann man sagen, wenn wir Roboter anschauen. Also das geht los mit einer Geschlechterwahrnehmung von Robotern. Und in den Studien haben wir jetzt recht klar gesehen, dass Roboter, die weiblicher wahrgenommen werden, denen wird mehr Wärme zugeschrieben, genau wie bei Menschen. Und Roboter, die männlicher wahrgenommen werden, die werden kompetenter eingeschätzt. So, wollen wir das jetzt? Wollen wir, das gibt tatsächlich Überlegungen, die es gibt, zu sagen, wenn ich in so einem Sozialbereich, Social Robots gestalte, gestalte ich die dann weiblicher, weil denen dann diese Wärme zugeschrieben wird? Wollen wir das wirklich? Wollen wir damit solche Geschlechterstereotype auch noch manifestieren weiter? Das sind so Abwägungsfragen, darum sage ich, das ist sicher eine komplexe Frage. Und wir sehen das auch bei anderen Einschätzungen, dass wir zum Beispiel dieses Uncanny Valley, das haben wir in erster Linie gefunden bei diesen Moralzuschreibungen, dass so ein Roboter, ich weiß nicht, ob jetzt Personen aus dem Publikum kennen, so ein Pepper oder so, ich sage mal so grob, die aussehen, wie man Wally im Film kennt, die so schon Menschenattribute haben, aber eindeutig nicht wie ein Mensch aussehen, aber irgendwie auch niedlicher, dass denen das eher zugeschrieben wurde als einem Androiden, der eben doch diese sehr menschliche Art hatte, aber schon wieder so diese leichte Abwehr auslöst. Das sind zumindest die Ergebnisse, die wir jetzt in unseren Studien auch finden. Und ansonsten gibt es da ja sehr, sehr viele Arbeiten zu diesem Uncanny Valley, dass man sagt, wenn es zu menschenähnlich ist, das wollen wir eigentlich nicht so gern. Frau Züger, Sie arbeiten ja auch an der Akzeptanz und an der Nachvollziehbarkeit von KI. Und das würde mich jetzt mal interessieren, wie schafft man denn überhaupt diese Nachvollziehbarkeit beziehungsweise auch die Erklärbarkeit von KI? Also Sie beide beschäftigen sich akademisch, intellektuell mit dem Thema, aber ich sage mal so, die Besucherinnen und Besucher, oder machen wir es konkreter, ich muss das jetzt zu Weihnachten meinen Großeltern erklären, was wir jetzt hier bei dieser Veranstaltung gemacht haben. Und ich bin jetzt so offen und ehrlich, mein Wissen über KI ist jetzt auch nicht ansatzweise erklärbar. Wie macht man es erklärbar, wie macht man es verstehbar für den normalen Menschen, der dann auch sein Smartphone nutzt und da permanent über KI stolpert? Ganz kurz, ich sehe Sie nicht mehr, deswegen, ich rede jetzt einfach mal mit dem Logo, das ich noch sehe, weiter. Vielleicht kann man mir aber das Bild nochmal zurückgeben. Ich glaube, die Technik kommt gleich wieder mit dem Bild. Okay, alles klar. Also zum Thema Erklärbarkeit, das ist eine große und schwierige Frage, die, glaube ich, noch nicht final beantwortet ist, wie man das für alle Zielgruppen gut verständlich macht. Bis jetzt ist es so, dass das Thema Explainability, das ist ein Forschungsbereich, auch in der Informatik, KI-Systeme vor allem erstmal für die EntwicklerInnen erklärt, weil eben in den neuronalen Netzen Optimierungsleistungen vollbracht werden, die eben auch für die Entwickler selbst nicht hundertprozentig transparent sind. Das heißt, die Explainability sind erstmal mathematische Verfahren, um nachzuvollziehen, was in neuronalen Netzen passiert. Und dann gibt es vielleicht noch in der Explainability Erklärungen für Experten, die diese Systeme nutzen, wie zum Beispiel in der Diagnostik, in der Medizin müssen Ärzte natürlich verstehen, wie ein Assistenzsystem zu einer bestimmten Einschätzung gekommen ist. Zum Beispiel gibt es in der Radiologie mittlerweile Systeme, die sehr erfolgreich eingesetzt werden, zum Beispiel um Hirnblutungen zu erkennen. Und da ist es für die Ärzte ganz wichtig zu verstehen, was genau glaubt denn das System als Hirnblutung zu erkennen und zum Beispiel welche vergleichbaren Fälle gab es schon zu einem bestimmten Fall. Und wir beschäftigen uns aber in einem Projekt auch mit der Frage, wie können wir denn für BürgerInnen und Bürger Erklärbarkeit herstellen. Und wie ich es schon sagte, ich glaube, diese Frage ist nicht abgeschlossen. Menschen erschließen sich über ganz verschiedene Wege, so ein technisches Wissen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Weg wird sein, dass mehr Institutionen, die KI einsetzen und erzeugen, auch bereit sind, ihre Systeme wirklich zu erklären. Weil im Moment ist es so, dass in der Industrie hier und da mal im Grunde angemerkt wird, übrigens, das basiert auf einem Algorithmus, zum Beispiel Facebook macht das, wenn es um die Anzeige von Werbeanzeigen geht. Aber wenn man sich anschaut, was Facebook dann preisgibt, warum ich eine bestimmte Werbeanzeige angezeigt bekommen habe, dann ist das im Grunde eine Scheinerklärung. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass diejenigen, die über dieses Wissen verfügen, das oft nicht teilen. Und da geht es nicht um große Geschäftsgeheimnisse, sondern es ist natürlich für die eine unangenehme Transparenz an vielen Stellen. Und ich glaube, da müssen wir aber hinkommen, dass es eine viel höhere Kennzeichnungspflicht gibt und dass es einfach auch viel mehr Akteure gibt, die bereit sind, Systeme genau zu erklären. Und dann ist das schon alles gar nicht mehr so magisch, was da passiert. Also ich glaube, das ist natürlich an jeder Stelle ein bisschen Arbeit, aber Bildung hat schon an vielen Stellen uns sehr komplexe Dinge nahegebracht. Und ich glaube, auch künstliche Intelligenz ist da in keiner Weise unerreichbar für die breite Bevölkerung geworden. Also quasi gar nicht so, dass da die dunklen Geheimnisse unter dem Teppich lauern, sondern dass vielleicht die tolle Maschine doch gar nicht so toll und doch einfacher ist, als wenn man das dann doch annimmt als Laie. Ich glaube, ja. Also das ist ja auch immer die Frage, wie tief muss man dann wirklich jede einzelne Technologie verstehen? Ich muss jetzt auch nicht Automechaniker sein, um grundlegende Prozesse in meinem Auto zu verstehen oder Vergleichbares. Also ich glaube, wir brauchen vor allem ein grundlegendes Verständnis in der Bevölkerung, was vor allem von diesen großen Mythen wegführt. Und vielleicht in Ergänzung dazu, das ist auch ganz spannend, wenn man sich anschaut wieder, was ist die Voraussetzung für so ein verantwortliches Miteinander von eben Mensch und künstlichen Akteuren, dann ist diese Erklärbarkeit, also genau das, was Frau Züger gerade erläuterte, ist das Merkmal, was sowohl aus juristischer Sicht als auch aus psychologischer Sicht sich auch, wenn man quer durch die Literatur schaut, als ein ganz wesentliches Merkmal zeigt, um eben diese Voraussetzungen für verantwortliches Handeln zu ermöglichen. Und zwar eben auch exakt so, also deshalb kann ich das nur fünfmal unterstreichen, was Sie gesagt haben, genauso, dass nicht nur die Entwickler verstehen, was sie da tun, sondern dass Laien verstehen, was da passiert. Und dieses Recht auf Information, also Recht auf Erklärung, nicht Recht auf Informationen, mit denen man vielleicht mehr oder weniger anfangen kann, sondern wirklich auf eine verständliche Erklärung und auch auf die Gestaltung solcher Geräte, Algorithmen, was auch immer, womit man dann in Kontakt kommt, die auch ermöglicht zum Beispiel, dann sind wir nämlich bei der Interaktion, im Austausch das vielleicht auch zu erfragen und dann an einen Punkt zu kommen, dann schließt sich der Kreis zu dem eben Gesagten wieder, dass man dann dem vertraut, was da passiert. Also weil das bringt wieder eine gewisse Vorhersagbarkeit mit sich und damit ist das die Basis tatsächlich. Explainability wird genau als Grundbasis für dieses Vertrauen gesehen. Darf ich da nochmal einhacken, weil ich wollte gerne nochmal auf den Titel zurückkommen und auch auf diesen Begriff der hybriden Gesellschaft. Ich finde den eigentlich sehr spannend, weil ich glaube, ich würde dem nur zustimmen, je nachdem, wie man den Gesellschaftsbegriff versteht. Frau Strobel sprach ja eben von maschinellen Agenten oder Akteuren, glaube ich, und ich glaube, das ist eine Beschreibung, wo ich mit der Hybridität gut mitgehen kann. Aus der politischen Theorie betrachtet, wäre ich aber ein bisschen kritisch mit dem Begriff der hybriden Gesellschaft. Weil wenn man davon ausgeht, dass wir Menschen als politische Subjekte verstehen, da würde ich doch einen sehr großen Unterschied machen zwischen Menschen und technischen Akteuren. Und ich glaube auch, dass es möglich ist, technischen Akteuren zu vertrauen und dass wir durch die Nutzung und durch das Verstehen dieser technischen Akteure auch ein Technikvertrauen entwickeln. Aber ich glaube, dass diese Idee der Verantwortung immer eine Übertragungsleistung ist in unserer Gesellschaft. Verantwortung ist etwas, was wir eigentlich über Institutionen und über Menschen regeln. Und wenn wir technische Akteure mit in dieses Gesellschaftskonstrukt reinbringen, dann übertragen wir quasi, nutzen wir diese Maschinen als Stellvertreter. und das finde ich irgendwie nochmal einen wichtigen Punkt, weil es gab ja auch so anfänglich die Frage, haben Maschinen dieselben Rechte wie Menschen? Und das würde ich eindeutig verneinen aus meiner Sicht. Ich würde da einen großen Unterschied machen und glaube, dass das eine wichtige Unterscheidung ist zwischen eben politischen Subjekten und technischen Akteuren. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Ebenen. Ja, also würde ich auch unbedingt zustimmen. Und das ist auch das, was, wenn man schaut, wie der aktuelle Stand ist in den Disziplinen zu diesem Thema Verantwortung, dann gibt es eben, wir haben jetzt sieben Kapazitäten über Explainability Trust, haben wir schon gesprochen, aus der psychologischen Seite ist das noch so eine moralische Handlungsfähigkeit und dann gibt es also noch juristische Kapazitäten, mit denen ich mich weniger gut auskenne, deshalb erkläre ich da hier lieber nicht in die Tiefe, aber da geht es natürlich auch um letztlich Fähigkeiten zum Handeln etc., Schuldübernahme, Verantwortungsübernahme und das Ergebnis allem, wenn man schaut, welche Akteure gibt es derzeit in einer hybriden Gesellschaft, wenn man so will, unterschiedlich technisierte Akteure vom Mensch beginnend bis hin, was weiß ich, vielleicht zu tatsächlich Hybriden, die wir in der Form jetzt eigentlich noch gar nicht haben. Also egal, wie groß der Anteil Technik am Menschen ist, es ist ein Mensch, ein Cyborg, egal, er hat, also auch wenn ich zwei technisierte Beine habe, wie auch immer, das ist ein Mensch und damit ist es der Mensch, dem wir die Dinge zuschreiben und der Mensch ist tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt und weiter würde ich mich allerdings auch nicht rauslehnen wollen, jetzt aktuell ist es nur der Mensch, der diese vollständigen Kapazitäten hat und dem man sie entsprechend zuschreiben kann. Was in XY Jahren ist, das weiß ich nicht, das vermag ich nicht zu sagen, das fände ich ein spannendes Gedankenspiel, aber wie das aussieht, das wissen wir noch nicht, aber jetzt ist es eindeutig so, dass volle Verantwortungsübernahme nach dem, was wir jetzt finden und was man ableiten kann, nur für den Menschen eigentlich angenommen werden kann. Ich würde gerne, bevor wir in die hybride Gesellschaft vollumfänglich eintauchen, noch vorab noch eine kleine Begriffserklärung einfordern wollen, weil wir sprechen hier schon sehr umfänglich von der hybriden Gesellschaft, ohne überhaupt beschrieben zu haben, was meinen wir denn überhaupt damit mit der hybriden Gesellschaft und wann fängt die denn an oder wann fing die denn an? Also fing die an beim, also seit wann sprechen wir von der hybriden Gesellschaft? Naja, ich würde als Medienwissenschaftlerin, muss ich da jetzt sagen, das ist ein fließender Übergang gewesen über sehr verschiedene Medienwandel, wo Kommunikationstechniken immer mehr Teil unseres Lebens und unseres Handelns geworden sind. Und ich finde das sehr spannend, dass zum Beispiel in dem dritten Engagementbericht, in dem ich als Geschäftsjournalist mitwirken durfte, wir sehr viele junge Menschen befragt haben, zu ihrem digitalen Engagement, dass für die im Grunde digitales Handeln eine merkwürdige Kategorie war, weil für sie war das Handeln. Also für sie gab es diese Unterteilung zwischen digitalem und analogen oder nicht digitalem Handeln nicht, sondern es war gleich effektives, gleich reales Handeln. Und im Grunde diese Unterscheidung war für die schon obsolet, nicht, sondern es ist wahrscheinlich eine Generationenfrage dieses Übergangs. Und ja, ich glaube, es ist schwer zu sagen, ab diesem Zeitpunkt war unsere Gesellschaft eine Hybride, aber Medien haben einfach schon sehr früh in unserer Gesellschaft, man denke an Buchdruck oder Ähnliches, eine ganz große Rolle gespielt, um unsere Gesellschaften zu organisieren und strukturieren und ganz wichtige Einflüsse auch der Gesellschaftsentwicklung auszulösen. Deswegen, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein sehr schleichender, sehr langer Prozess, auf den wir da schon zurückblicken. Ja, also da würde ich mich auf jeden Fall anschließen und für die Frage, wie ist es jetzt oder wovon sprechen wir, weil wir ja vorhin auch gerade hatten, was heißt denn Hybrid? Ich meine, wir sind gerade Hybrid, ohne dass wir natürlich künstliche Akteure mit dabei haben, aber die Vermittlung ist halt eine auf verschiedenen Wegen. Ich finde das immer am leichtesten nachzuvollziehen, wenn man sich das wirklich in so alltäglichen Szenarien vor Augen führt. Am Ende, hybride Gesellschaft heißt halt auch, dass autonom gesteuerte Fahrzeuge, wie das jetzt teilweise auch im öffentlichen Nahverkehr, es gibt in Bayern zum Beispiel, Pilotprojekte, die da laufen, sich genauso mit in den Verkehr einfügen, wie eben menschlich gesteuerte und dass die miteinander in irgendeiner Form, das ist diese reibungslose Koordination, um die es bei uns geht, dann eben zurechtkommen müssen, dass man sehen muss, was muss der eine oder andere für Signale aussenden und auf welche Weise, dass es eben funktioniert, dass keine Gefahrsituationen entstehen. So, das ist ein Szenario. Wenn Sie sich einen Bahnhof vorstellen, wo Sie mit einem Service-Roboter ein Gespräch führen, um zu schauen, wie Sie am besten zu Ihrem Ticket kommen und welches Ticket für Sie vielleicht das Beste ist, dann ist auch das einfach ein Beispiel, dass wir schon in einer hybriden Gesellschaft sind oder der Chatbot, den Sie vorhin ansprachen. Das sind alles Beispiele, die jetzt schon sind oder diese Fabriksszenarien, von denen ich vorhin sprach und insofern ist das, glaube ich, wirklich auch schwer zu benennen, da ging es los, weil eben die Entwicklung erstens eine schnelle, auch eine komplexe ist und in sehr vielen Lebensbereichen einfach eine Rolle gespielt hat. Jetzt die Frage, in welche Richtung ich weitergehe. Ein großer Begriff, wenn wir jetzt gerade bei der Begriffsbestimmungsrunde sind, ist ja dann auch in dem Fall immer die Datafizierung. Also, dass man quasi, die Ausstellung ist ja quasi mustergültig dafür, wie man durch die Welt läuft und permanent Datenspuren hinterlässt und aber auch wieder, wir hatten es vorab, Frau Stobel, Sie meinten der Stau, der bei Google simuliert wurde, bei Google Maps, weil jemand da irgendwie 90 Handys in den Handwagen gesteckt hat und dann langsam durch die Stadt gezogen hat. Welche Rolle spielt da die Datafizierung in diesem Kontext auch noch? In welcher Rolle? Im Kontext der hybriden Gesellschaft. Ach so. Ja, auch da. Also, ich denke, dieser Umgang mit Daten und die Menge an Daten, die uns zur Verfügung steht, das ist einerseits ja eine wesentliche Basis. Ich glaube, da könnte jetzt Frau Züger natürlich noch mal wesentlich mehr aus ihrer Perspektive heraus sagen. Aber es ist ja das, was wir brauchen, um eben überhaupt so lernende Systeme zu trainieren, zu speisen. Also insofern ist das eine ganz wesentliche Voraussetzung einerseits. Und andererseits ist es sicherlich auch wieder etwas, auch wieder aus dieser Verantwortungsperspektive heraus, wo ich finde, wo Erklärung wieder wichtig ist, zu sagen, wann gebe ich denn wo, wie hin, wo, wie viel und weshalb Daten. Und, also, dass Menschen befähigt werden und es ihnen ermöglicht wird, auch informiert zu entscheiden, welchen Umfang an Daten sie wo gerade einspeisen wollen. Und dann kann das etwas sein, was wir gerne tun, weil wir den Gesamtnutzen, vielleicht das Gemeinwohl sogar sehen. und es kann aber auch Stellen geben, wo es wichtig ist, sagen zu dürfen, das möchte ich hier an dieser Stelle nicht. Und ich denke, das ist da wieder so eine Abwägung. Aber dass wir auf der Basis einer enormen Datenmenge an ganz, ganz vielen Stellen entscheiden, handeln, auch jetzt schon, das ist so. Ja, vielleicht ergänzend dazu, also ich glaube, an ganz vielen Stellen ist ja auch irgendwo klar geworden, wir schaffen das jetzt über maschinelles Lernen, über Auswertung ganz großer Datenmengen neues Wissen zu generieren. Und an ganz vielen Stellen ist das sehr wertvoll. Also zum Beispiel in der Medizin können wir neues Wissen darüber generieren, dass wir plötzlich Millionen Fälle vergleichen können, was wir vorher nicht konnten. oder zum Beispiel können wir durch Natural Language Processing Übersetzungen leisten, quasi in wenigen Sekunden aus beliebigen Sprachen eine andere übersetzen, wobei man sagen muss, das geht immer nur dann, wenn von einer Sprache genug Sprachdaten vorhanden sind und es gibt immer noch sehr viele Sprachen, die daran nicht abgebildet werden können, weil sie nicht profitabel genug sind, um es ganz klar zu sagen, dass da genug entwickelt wird und genug Daten eingespeist, annotiert werden und eben diesem Prozess zur Verfügung gestellt werden. Aber prinzipiell können wir daran irgendwo schon sehen, was für große Vorteile das für uns hat, dass wir jetzt in der Lage sind, große Datenmengen auszuwerten. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, ich glaube, manchmal verführt uns diese Datafizierung der Welt dazu, zu glauben, dass wir tatsächlich alles in Daten erfassen können. Und das ist ein interessanter Streit, den ich auch schon mit mehreren InformatikerInnen geführt habe, die Frage, ob das der Wirklichkeit entspricht oder nicht. Und ich glaube, ich gehöre da eher zu dem Lager, zu sagen, ich glaube nicht, dass wir sämtliche Bewegungen und Beschaffenheiten unseres Daseins in Daten erfassen können. Und das ist manchmal eben diese Verführung der Daten, die uns quasi verleitet, zu glauben, dass wir darüber akkurateres, besseres, verlässlicheres Wissen generieren und dass wir tatsächlich über alles aus Daten Wissen generieren können. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Bewusstsein, was wir schaffen müssen, zu verstehen, wo uns das Nutzen bringt und wo das tatsächlich ein wichtiger Einsatz ist, von künstlicher Intelligenz zum Beispiel, um aus Daten Wissen zu generieren und wo wir das nicht wollen oder wo es auch gar nicht möglich ist. Also ganz viele politische Probleme lassen sich eben nicht allein durch Daten lösen, weil ganz oft sind uns die eigentlichen Probleme schon lange bekannt, wir ändern sie nur nicht oder wir sind nicht bereit, die Konsequenzen einer Lösung zu tragen und das ist auf einer ganz anderen Ebene des Handelns angesiedelt. Und ich glaube, einen Punkt, den würde ich noch vertiefen, den Frau Züger jetzt ansprach, diese Frage, welche Sicherheit wir mit solchen Ergebnissen, die basierend auf großen Datenmengen entstanden sind und eben Big Data als Stichwort dann basiert sind, welche Sicherheit wir damit verbinden und das ist, das beginnt nicht erst bei Big Data, das ist jetzt ein Thema tatsächlich meiner sonstigen diagnostischen Arbeit zu sagen, sobald was eine Zahl hat, denkt man plötzlich, es sei belastbarer, aber die Basis dahinter ist die, die es belastbar macht, dass ich ein Rating vergebe oder dass mir ein Algorithmus ein Ergebnis auswirft, heißt nicht zwingend, dass es belastbarer ist, sondern das ist die Frage, wie belastbar sind die Daten, die dahinter stecken und das muss man natürlich, es kann nicht zu so einer Scheinsicherheit geben, das sagt der Computer und deshalb muss es stimmen, das ist ja, also das ist ein Risiko und das sehen wir zum Beispiel in einem Kontext, in dem die Nutzung von Big Data jetzt schon einzieht, ohne dass die Basis gut geklärt wäre, nämlich in der Personalauswahl. Im Personalauswahlkontext gibt es bereits Programme, die werden sehr beworben, gern angenommen von den Unternehmen, weil es verlockend klingt zu sagen, wir können über Sprachanalyse, über kurze Sprachproben Eignungsvorhersagen im Personalauswahlkontext treffen und da gibt es, es gibt Zusammenhänge, es gibt Zusammenhänge dieser Sprachanalysen mit Berufserfolg. Die sind im mittleren Bereich, was man aber nicht weiß, ist, was führt zu den Zusammenhängen, was sind die Dinge, die tatsächlich ursächlich sind für den gefundenen Zusammenhang und solange wir das nicht finden, sagen wir und wir heißt, würde ich jetzt in dem Fall mal sagen, seriös arbeitende DiagnostikerInnen, dann machen wir das nicht, aber es wird vertrieben, es gibt eine Nachfrage danach, weil man sagt, super, wir müssen nicht anderthalb Stunden Gespräch führen, Auswahlinterview, sondern wir lassen uns einen kurzen Videoschnipsel schicken und den schicken wir durch und dann heißt es geeignet oder nicht geeignet. Und das ist eben auch gefährlich und auch nicht ethisch aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht. Ja, ich kann vielleicht auch dazu nochmal wirklich völlig zustimmend auch ergänzen, es gibt natürlich auch Versprechen wie zum Beispiel, dass man angesichts dann die politische Ausrichtung von Menschen erkennen kann oder ihre sexuelle Orientierung und mit all diesen Behauptungen sind wir halt in einem Bereich, der wirklich auch sehr ja, im Grunde schon alt und vorurteilsbehaftet vor allem ist, also der den Menschen schon immer fasziniert hat über Physiognomie beispielsweise bestimmte Wesensmerkmale des Menschen erkennen zu wollen und da hat die Forschung eigentlich immer sehr gut mittlerweile auch aufgearbeitet, dass das eigentlich ja, eine diskriminierende und oft antisemitische auch Lesart und ja, eigentlich Tendenz ist, die mit diesen Behauptungen einhergeht und noch vielleicht zu einem anderen Punkt, es werden ja in Bezug auf KI auch häufig Biases diskutiert, also Verzerrungen der Daten und da kann man ganz grundlegend erst einmal sagen, es gibt keinen Datensatz, der ohne Bias erhoben wurde, weil quasi die objektiven Daten der Welt gibt es nicht, es gibt immer eine Auswahl an Daten, das heißt, ich habe eine Auswahl einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, manchmal habe ich auch nur bestimmte Menschen einer Ortschaft oder in irgendeiner Weise gibt es immer Auswahlkriterien für die Daten, die da erhoben werden und in der Medizin beispielsweise zeigt sich das mittlerweile ja sehr deutlich, dass der Standard behandelte Mensch und die Daten, die über ihn gesammelt wurden, immer von männlichen Daten abgeleitet wurden, wodurch Frauen in den Daten der Medizin wesentlich schlechter repräsentiert sind, was ein ganz erheblicher Bias ist und diese Verzerrung, die sind, derer müssen wir uns einfach immer bewusst sein und es ist wichtig, transparent mit ihnen umzugehen, das heißt nicht immer, dass unsere Systeme dadurch schlecht sind oder dass sie dadurch unnütz sind, aber wir müssen uns einfach bewusst sein, mit welchen Verzerrungen sie möglicherweise kommen und welche Einschränkungen wir möglicherweise mitdenken müssen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und ich finde eben auch diese grundlegende Frage von wo sind denn auch die Grenzen dessen, wo wir Datafizierung und quasi eine Auswertung über Daten einsetzen wollen, ist die grundlegende, die wir uns immer wieder stellen müssen, weil so sehr ich quasi in dem Bereich forsche, wo KI dem Gemeinwohl dienen kann, gibt es auch eindeutig die Gegenbeispiele. Das wäre jetzt auch gerade meine Frage gewesen, als ich als Laie kann ja schlecht die Vorgänge in der KI oder in den Big Data Auswertungen herauslesen und okay, so krass rassistische oder unseriöse kann ich schon rausfiltern, weil es wahrscheinlich dann doch irgendwie absurd ist, aber wenn wir dann so in so Grauzonen kommen, wie so Kreditvergabe oder wo es dann doch sehr abstrakt wird oder auch nicht mehr nachvollziehbar, wie schafft man da die Transparenz oder die Nachvollziehbarkeit oder auch wer ist der Akteur, dass dann diese Grauzonen dann auch beleuchtet werden? Ich glaube, eigentlich ist das nicht mal eine Grauzone, sondern es ist wieder genau das, was wir vorhin hatten, es ist wieder dieses Thema der Transparenz und Erklärung und wenn klar ist, wie zum Beispiel das Thema Kreditvergabe gespeist wird, was die Daten sind, die einfließen, dann ist auch relativ klar, dass wenn vorher SachbearbeiterInnen jahrelang bestimmten Personen systematisch eben eher keine Kreditwürdigkeit zugeschrieben haben und anderen eben eher, dass dann auch der Algorithmus genau das tun wird, weil er auf diesen Entscheidungen basiert und dann wäre eher die Frage und darum ist es so dieses, was Frau Züger sagte, wo möchte ich das einsetzen und vor allem wie möchte ich das ersetzend nutzen oder vielleicht ergänzend, was ich für die wesentlich bessere Idee hielte und das heißt ja eben nicht, dass man dann Überlegungen zu, was könnten denn hier Einflussfaktoren sein, ausschließen, also ignorieren soll, sondern im Gegenteil, man soll sich dessen bewusst sein, was wir gerade gehört haben und ich glaube, das könnte zum Beispiel ein Algorithmus sogar oder eine solche Struktur sogar leisten, das könnte man genauso anlegen, dass Kontrollfragen implementiert werden, also dass man praktisch auch eine solche technische Unterstützung nutzt, um bestimmte Biases überhaupt erst mal bewusst zu machen, um das Thema aufzubringen, um Personen auch klar zu machen, sie sind jetzt möglicherweise auch gerade in einem Denkmuster drin, also das kann ich mir eigentlich als eine sehr hilfreiche Unterstützung vorstellen, blind einem Ergebnis zu vertrauen, was ausgespuckt wird und was genau durch verzerrte Daten gespeist wurde, das ist sicher nicht die Lösung. Dann wird es immer dazu führen, das gibt es ja, was weiß ich, auch aus den USA sieht man das ja auch bei algorithmusbasierten Gerichtsentscheidungen, die damit gestützt wurden, ist das jetzt nicht so verwunderlich, dass People of Color eben häufiger dann eine Verurteilung vorgeschlagen wurde als für weiße Personen. weil es eben auf bisherigen Entscheidungen genauso basierte und damit tradiert man das ja und regt es letztlich einfach fort, die Vorgehensweisen. Da wird nichts besser dadurch, dass es dann von einer Maschine gesagt wird. Ich hatte jetzt viel Zeit über meine Antwort nachzudenken, wer denn quasi dieses Problem lösen muss und ich glaube, ich sehe fünf Akteursgruppen. Einmal Regulierung. Regulierung im Sinne zum Beispiel des AI-Acts, der gerade auf EU-Ebene diskutiert wird. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Ebene, die dort umgesetzt wird, die dann auf nationaler Ebene weitergeführt werden muss. Mit dieser Regulierung werden auch bestimmte Instanzen geschaffen, die dann tatsächlich Systeme prüfen können auf bestimmte Risiken und die letztlich zertifizieren müssen und einschätzen müssen, wo entstehen den Risiken, wo sind denn möglicherweise rote Linien. Wo die sind, das ist eine große Diskussion und die ist auch noch nicht abgeschlossen. Da möchte ich jetzt gar nicht zu tief reingehen. Ich glaube, der zweite Punkt ist die Rechtsprechung. Zum Beispiel in Bezug auf Kreditsysteme gab es, ich glaube, in Schweden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in welchem nordischen Land es war, gab es zum Beispiel ein Urteil, dass genau der Fall, dass jemand quasi sich noch nie negativ mit Schulden hat auffallen lassen, aber dass ihm dann ein Kredit verwehrt wurde und er hat geklagt und gesagt, ich möchte wissen, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist und dann musste quasi transparent gemacht werden, dass die durch ein algorithmisches System zustande gekommen ist und tatsächlich diskriminiert hat, denn es wurde deutlich, dass wenn diese Person weiblich gewesen wäre und aus einer anderen Stadt gekommen wäre, dann hätte sie den Kredit bekommen. Also es waren völlig vorbelastete Kriterien, aufgrund welcher die Person benachteiligt wurde und das hat dann dazu geführt, dass das nicht rechtens war und nicht mehr eingesetzt werden durfte, das System. Das ist der zweite Akteur, Rechtsprechung. Dann glaube ich, brauchen wir VertreterInnen der Zivilgesellschaft. Nicht jeder kann jedes System auditieren und prüfen, das sollte auch niemand von uns tagtäglich tun, dafür haben wir alle keine Zeit, aber es sollte gesellschaftliche Vertreter geben, zum Beispiel für Menschen, die besondere Diskriminierung erfahren, die sich auch darauf spezialisieren, solche Systeme sich anzuschauen, wenn Menschen davon betroffen sind. dann Nummer vier wäre aus meiner Sicht die Zivilgesellschaft, die sich zumindest grundlegend mit dem Thema auseinandersetzen muss und der letzte Akteur wäre für mich tatsächlich die Industrie, die auch selber rote Linien für sich ziehen muss, was sie bereit ist zu entwickeln und was nicht, also welchen Versprechen sie auch bereit ist, Folge zu leisten, vielleicht auch wieder besseren Wissens und wo sie eine rote Linie zieht und teilweise passiert das auch. Also ich kenne auch KI-Entwicklungsfirmen, die klar gesagt haben, wir entwickeln keine Drohnen zur Abwehr an Flughäften, weil sie genauso gut zum aktiven Einsatz eingesetzt werden können und quasi bewaffnet werden können. Also wir ziehen da unsere rote Linie und genauso können andere Akteure in der Industrie das auch. Und ich glaube, auch das ist ein sehr wichtiger Faktor. Und wenn man da 5b, würde ich sagen, das trifft nicht nur auf die Industrie zu, sondern auch für die Forschung. Also das Dual-Use-Thema haben wir ja nicht nur in der Industrie, sondern in der Forschung und bei den Forschungsfragen, die man verfolgt, in genau der gleichen Weise. Also ich glaube, das muss man dort, Forschung und Entwicklung, würde ich da tatsächlich einfach zusammen denken. Genau. Jetzt haben wir ja, dieses Jahr hat ja die EU diese Digitalisierungsstrategie bis 2030 herausgegeben und ein großes Thema und ein großes Thema ist da auch die, oder ein großes Buzzword, das ist auch die Digital Citizenship und die 5 Punkte, die Sie gerade schon angesprochen haben, sind die da schon inkludiert oder ist das etwas, wo wir uns jetzt erstmal auf den Weg machen, also wo sind wir in diesem Prozess, den Sie gerade beschrieben haben, wo stehen wir denn da überhaupt? Also gibt es schon Ansatzpunkte, wo man losarbeiten kann oder ist das ein Wunschtraum, den wir jetzt erstmal noch entwickeln müssen, bevor wir da in 10 Jahren dastehen und übermannt sind? Ich finde, das ist ein total spannendes, großes Thema, weil dieser Begriff des Digital Citizenship ist ein sehr komplexer, der wird sehr unterschiedlich verstanden. Einerseits wird er so ausgelegt, dass es dabei darum geht, dass Menschen bestimmte Kompetenzen erwerben, also literate sind im Umgang mit Daten und digitalen Technologien und wenn sie sich quasi als Konsumenten gut bewegen können in diesem System, wenn sie eine gewisse Technikautonomie haben, wenn sie sich ethisch mit anderen verhalten, dann sind sie gute Digital Citizens. Also es geht auch um normatives Verständnis an ganz vielen Stellen. Und dann gibt es auch andere Verständnisse dieses Digital Citizenships, die wesentlich stärker einerseits auf Zugang abzielen, also fragen, wer hat denn überhaupt Zugang zu diesen Systemen und gleichberechtigte Möglichkeiten. Das ist eine ganz wichtige Frage, glaube ich. Und damit müssen wir uns vor allem auch fragen, wie ist das global? Wer hat eigentlich die Möglichkeiten, Technologien zu nutzen und wer ist eigentlich immer noch abgehängt? Aber auch in unserer Gesellschaft gibt es Gruppen, die eindeutig benachteiligt sind bei der Nutzung digitaler Technologien. und weiter ist es auch ein Thema, wo man sich fragen muss, es geht ja also Citizenship, also Bürger sein von etwas, hat einerseits etwas damit zu tun, dass mir Rechte und Pflichten gegeben werden, andererseits hat aber Bürger sein als politisches Subjekt auch immer damit zu tun, dass ich Rechte beanspruchen kann und dass ich Mitgestaltung beanspruchen kann. Also in unserem heutigen Politikverständnis ist Demokratie ja etwas, was ich mitgestalten kann und eben dieses sehr partizipative Verständnis von Digital Citizenship finde ich ein sehr wichtiges und ich glaube, da sind wir noch in einem Werdungsprozess, wo es eben nicht nur darum geht, wie sicher handhaben wir digitale Technologien, sondern wie sehr verstehen wir, wie diese Technologien unsere eigene Welt gestalten und können auch kritisch intervenieren, wenn wir damit nicht einverstanden sind. Und ich glaube, ja, solche Veranstaltungen wie heute Abend und dass Menschen sich damit auseinandersetzen, ist ein Zeichen, dass wir auf diesem Weg sind, Digital Citizenships zu sein und zu werden, aber ich glaube, das ist ein kontinuierlicher Werdungsprozess, weil sich eben auch das, was das heißt, immer wieder verändern wird. Und ich glaube, was diese verschiedenen Ebenen angeht, sind wir tatsächlich sehr unterschiedlich weit auch. Also was diese reine Medienkompetenz angeht, da würde ich schon sagen, das ist auf einem ganz guten Weg. Manches natürlich weniger von außen gesteuert als schön wäre, also da könnte zum Beispiel in Schulen etc. schon weit mehr passieren. Ich glaube, das hat die Pandemie gerade sehr, sehr eindrücklich gezeigt, wo da noch der Handlungsbedarf ist, wenn, und wer da wem dann die Medienkompetenz vermittelt hat an manchen Stellen, aber das ist trotzdem ein Prozess, der sehr stark in Bewegung ist. Das Teilhabethema finde ich ein dramatisch wichtiges und tatsächlich auch ein dramatisches teilweise, wenn man sieht, wie unterschiedlich gut der Zugang ist und was das bedeutet, überhaupt für die Chance, diese, eine Vertrautheit zu entwickeln, zu sehen, welche Möglichkeiten an Informationen man hat. Das sehen Sie an sehr, sehr simplen Dingen schon, die Frage, inwiefern sind Menschen in der Lage, überhaupt gezielt nach etwas zu suchen in der Fülle von Daten. Das ist enorm beeinflusst davon, inwiefern ich den Zugang überhaupt regelmäßig habe. Also da gibt es einen sehr, sehr großen Handlungsbedarf, der aber auch viel, denke ich, in dieser, in der Entwicklungsschiene angesiedelt werden muss, also in die, in die Bildungseinrichtungen auch wieder sehr, sehr stark rein muss. Und wenn man das global denkt, da ist es, wird es noch sehr viel deutlicher, dass der Unterschied dramatisch ist. Genau, und dann die, ich würde sagen, die Regulierungsebene, die wir jetzt, glaube ich, die ja auch noch dazugehört eigentlich zu dem Citizenship, zu dem Digitalismus, die kommt, die kommt fast automatisch nach, weil wenn neue, neue Realitäten auch geschaffen werden, neue Formate, neue Beteiligungen, dann muss es dafür auch neue Regelungen geben. Und dann, ja, dann wird das aufeinander aufbauen und soweit ich das jetzt auch zum Beispiel aus dem juristischen Kontext miterleben kann, sind das Überlegungen, die sehr stark auch schon vorgedacht werden, wo Szenarien gedacht werden, was bedeutet das und welche Handlungsbedarfe entstehen dann eigentlich, wenn neue, neue Beteiligungsformen, Denkform, Arbeitsformen entstehen, etc. Vielleicht eine kleine Ergänzung dazu, diese Frage von Regulierung kommt dann immer nach, die finde ich eine sehr spannende, weil wir an ganz vielen Stellen schon erleben, dass der Staat nicht mehr einziger Akteur ist, quasi der Rahmen für dieses Bürgertum, das Digital Citizenship relevant ist, sondern dass bestimmte, sei es Handelsformen, sei es Plattformen, die wir benutzen, Kommunikation, aber auch kulturelle und politische Handlungen eigentlich schon längst über staatliche Grenzen hinweg sich bewegen und der Staat nicht mehr unser einziges quasi Rahmenkonstrukt ist, mit dem wir agieren, sondern wir sind auf ganz vielen Ebenen vernetzter und das ist schon eine große Herausforderung für Regulierung, dem hinterherzukommen. Was wir zum Beispiel daran sehen, dass man ja die großen Tech-Firmen nicht richtig zu packen bekommt an vielen Stellen der Regulierung, also dass die Durchsetzungsfähigkeit unserer staatlichen Institutionen an ihre Grenzen gerät und auf jeden Fall sich neu aufstellen muss und das erleben wir ja gerade auch auf der EU-Ebene, dass man da neu überlegt, wie man da wieder hinterherkommt, dieser Veränderung. Und das ist schon, glaube ich, eine spannende Veränderung, mit der wir es zu tun haben. Ich würde jetzt die Chance nutzen, wo wir über die Digital Citizenship gesprochen haben, die Runde ein bisschen zu öffnen. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt weit geöffnet, ohne da irgendwie einen Schlussstrich ziehen zu können und würde fragen, gibt es Fragen? Fragen. Ja, da hinten. Am besten einfach laut. Mir ist nicht ganz klar, was Sie jetzt unter die Griechen-Gesellschaft mit der Schmied, ein paar zu zeigen, das Wort für Griechen ist ja für sich selber vielleicht auch schon Griechen, mit dem Ansicht meiner Griechen-Gesellschaft. Aber was ist das für Griechen? Also meinen Sie analog plus digital? Wobei Menschen haben ja viele andere unter Anteile, das Gehirn, der digital herren konnte, weil sie haben sogar einen Partner oder auch die Themen. Ist es das analog plus digital oder ist es biologisch plus künstlich? Das ist mir sehr schlecht, ganz klar. Und Sie haben das Beispiel gebracht an den Chatbots. Die Frage an den Chatbots, okay, ist es für Software, ist ja so die Griechen-Gesellschaft vielleicht, weil es ist sehr nervig, aber weil der Chatbots jetzt eben da wundert mich jeder sich im Hinblick der die Griechen-Gesellschaft. Also was ist das für die Griechen-Gesellschaft? Ich glaube, ich muss für Frau Züger, haben Sie das verstanden? Ich habe das verstanden, ja. Okay, sehr gut. Perfekte Tonausläufe. Da auch mal die Technik. Oh nein! Ich schätze, dann fange ich mal an mit Antworten. Das war jetzt der Klassiker, oder? Ich hätte später loben sollen. Also, um vielleicht direkt mal einen Satz von Ihnen aufzugreifen, ich würde nicht sagen, ein Chatbot ist ein Mitglied einer hybriden Gesellschaft, aber dass wir auch mit Chatbots kommunizieren und nicht nur mit Menschen, ist ein Bestandteil einer hybriden Gesellschaft. Und ich kann sagen, was die Definition in unserem Sonderforschungsbereich konkret ist. Und da bedeutet, hybride Gesellschaft tatsächlich, erst mal sehr simpel formuliert, das Miteinander von Mensch und Maschine in verschiedenen Szenarien unseres öffentlichen Lebens, im öffentlichen Raum. Darum geht es. Und Maschine heißt dort, das, was ich vorhin sagte, diese verkörperte digitale Technologien, also eben tatsächlich Roboter, aber auch Avatare zum Beispiel in virtuellen Welten. Also, und die Tatsache, dass wir in unserem Alltag, im öffentlichen Raum, nicht nur auf Menschen treffen, sondern auch auf in der Form künstliche Akteure, zum Beispiel eben auch autonome Fahrzeuge oder teilautonome, derzeit ja noch sehr viel eher Fahrzeuge. Das ist das, dass dieser Anteil praktisch, ja, also, dass wir diese Verschmelzung haben, dieses Nebeneinander und im besten Fall auch Miteinander, das ist das, was für uns unter hybride Gesellschaft fällt. Jetzt weiß ich nicht, ob Frau Züge uns wieder hört. Also, ich würde sagen, das kann ich völlig so unterstreichen und ich glaube, das meinte ich auch mit meiner Bemerkung, dass man diesen Gesellschaftsbegriff unterschiedlich auslegen kann. Also, wenn man ihn quasi als das Miteinander von Akteuren erstmal sehr neutral beschreibt, dann würde ich sagen, dann können wir von einer hybriden Gesellschaft sprechen, weil es eben technische Akteure gibt und menschliche Akteure. Aber im Sinne einer politischen Gesellschaft würde ich eben diesen hybriden Begriff lieber nicht benutzen, weil ich glaube, dass es da eben politische Subjekte gibt und dieses würde ich technischen Akteuren nicht zuschreiben, dass sie auch politische Subjekte sind und damit Teil unserer menschlichen politischen Gesellschaft. Ich hoffe, das hat es soweit ein bisschen klarer gefasst. Ich kann eben sagen, den Anspekt der KfW-Aufaktion und darüber haben wir schon diskutiert, also im engeren Sinne nein. Aber wie gesagt, Avatare in Computerspielen, das wäre ein Beispiel für so eine Verkörperung. Ein Telepräsenzsystem ist eine Verkörperung. Also wenn ein Mensch übertragen wird, aber wir haben das schon haben können, zum Beispiel bei Veranstaltungen, jemand kann nicht da sein und wird gesteuert über einen Computer und Sie sehen die Person auf dem Bildschirm. Da haben wir Hybrid in mehrerlei Hinsicht. Ein Industrieroboter hat, da ist die Verkörperung eine relativ schmale, Sie haben vielleicht so einen Arm, der handelt, aber das wäre ein Beispiel für so eine verkörperte digitale Technologie. Aber diese Beschränkung auf Verkörperung, die ist jetzt eine, die wir, das hat etwas mit dem Hintergrund einfach der Forschungsfragen zu tun, die wir in dem Sonderforschungsbereich vornehmen. Wenn ich ansonsten von der Breite der Akteure spreche, dann würde ich tatsächlich Chatbot und eben Algorithmen etc. durchaus natürlich mit einschließen, in dem Sinne dieser unterschiedlich technisierten Akteure. Also das ist jetzt eine Frage, wann ich was betrachte. Wir beschränken uns sozusagen in dem Fall auf die Verkörperten, was nicht heißt, dass es nur die gibt. Gibt es darüber hinaus noch Fragen? Ja, hier vorne. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen lauter zu machen. Was mich interessiert ist, dass es jetzt auskommen ist, die hauptsächlich sterbe, funktioniert das große Darmen, noch eingeblieben werden, wie über andere Gründe Muster, die ausliegen und werben in bestimmten Ergebnissen. Ab der neuer Redaktion von Kainz sind hauptsächlich selbstwerden Kainz. Die weniger kurzen Daten werden benötigt müssen, wie zum Beispiel dieser Schacht Kainz, die Grundlagen dafür, dass es Schacht beigetragen bekommen, das war's, und dann geht die Millionen und selbst komplett auf Züge, die keiner mehr jemals gespielt hätte. Und das sind dann wieder andere Kainz, die sind dann deren Ergebnisse auszuwiesen, weil die man kaum große Antworten zu verstehen, sondern weil das Ergebnisse sind, von denen wir wahrscheinlich nie erfahren, generieren und das packen auch zu gehen, vielleicht ein großes Ausbreitung zu machen. Also ich glaube, da können Sie mehr dazu sagen, und grob gesagt, glaube ich, wir haben weniger drüber gesprochen, weil die Verbreitung noch weit geringer ist, aber ich denke, differenzierter können Sie das sehr viel besser erläutern als ich. Ja, wenn ich das richtig akustisch verstanden habe, ging es zum Beispiel um solche Schach-Computer und um KIs, die zum Beispiel besser im Schach sind als Menschen. Das ist ein sehr interessanter Fall, weil was richtig ist in der Beschreibung ist, dass hier dem System nicht gesagt wird, quasi durch ein Training, das ist hier in dem Fall der klügste Zug, sondern das System wird mit unendlichen Mengen an möglichen Spielen und Zügen gefüttert, aber dem System wird natürlich sehr klar vorgegeben, was die Regeln des Spiels sind, also was quasi die Parameter sind, innerhalb derer sich das System bewegen kann. Und das ist schon wichtig, dass diese Systeme nur so gut performen können, weil das ein sehr abgegrenzter, sehr klarer Handlungsspielraum ist, der diesen Systemen gegeben wird. Und das nennt man dann Unsupervised Learning. Das sind quasi unterschiedliche Systeme und auch das Supervised Learning, wo also schon durch Annotationen mögliche Ergebnisse vorgegeben werden, das ist auch noch wahnsinnig verbreitet. Also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, die Systeme sind nur noch unsupervised, sondern es hat immer sehr viel mit der Fragestellung zu tun, welche Arten des Lernens da besser sind. Und gerade für das Unsupervised Learning braucht man normalerweise wesentlich mehr Daten, weil die Systeme eben über die Menge der Daten eigentlich erst lernen. Was es natürlich gibt, ist sowas wie Transfer Learning, das sind quasi Systeme, die schon mal trainiert wurden und dann auf eine andere Aufgabe angesetzt werden können. Aber generell darf man nicht die Vorstellung haben, dass diesem System quasi nichts gegeben wird und dann lernen sie von alleine, sondern ihnen werden immer bestimmte Parameter vorgegeben. Ihnen muss immer ein bestimmtes Ziel vorgegeben werden, auf das sie hin optimieren sollen, auch wenn sie über die einzelnen Daten selber lernen oder selber Muster erkennen, die für sie sinnvoll sind. Und gerade in Bezug auf das Unsupervised Learning ist ein ganz großes Problem, dass wir eben nicht wissen, welche Muster dieses Thema erkennen. Es gibt zum Beispiel schöne Beispiele, wo einem System ganz viele Bilder gezeigt wurden und das System hat mit einer sehr guten Treffsicherheit, ohne dass man quasi das vorher annotiert hat und angegeben hat, Pferde identifiziert. Und dann hat man überprüft, welche Muster, das ging dann über solche Explainability Techniken, welche Muster diese Systeme denn erkannt haben, um das Pferd zu identifizieren. Und herausgestellt hat sich, dass ein ganz großer Anteil der tatsächlichen Pferde in den Bilddaten einen Copyright Schriftzug hatte. Und das System hat immer den Copyright Schriftzug erkannt und nicht das eigentliche Pferd. Und das nennt man das schlaue Hans Phänomen. Es gibt ja diese Geschichte des Pferdes des schlauen Hanses, von dem man glaubte, dass es rechnen konnte. Und man konnte nachher zeigen, dass das Pferd eigentlich nur die Psychologie seines Halters sehr gut lesen konnte. Und genau dieses Phänomen gibt es bei diesen Unsupervised KI-Systemen auch, dass sie zwar Muster erkennen und diese teilweise auch erfolgreich, aber möglicherweise die falschen, die etwas mit einer Datenverzerrung zu tun haben. Und deswegen sind diese Erklärbarkeitssysteme auch so wichtig, um sich sicher zu sein, dass die Systeme aber dennoch das verstehen, was wir wollen, was sie verstehen, also ein Pferd an bestimmten Mustern zu erkennen und nicht etwas anderes am Welt. Ich hoffe, das hat jetzt die Frage beantwortet. Also ich denke, Sie hatten jetzt ja gesagt, dass diese KI gegen sich selbst spielt, aber auch das sind natürlich Trainingsdurchgänge, auch das sind Daten, die generiert werden innerhalb der Regeln des Spiels, innerhalb dessen, was natürlich vorher, also jetzt furchtbar simpel gesagt, muss ja die KI erst mal wissen, welche Züge überhaupt möglich sind, etc. Und was das Spielziel ist. Und dann ist natürlich auch das Spiel gegen sich selbst sind auch Datensammeldurchgänge. Also das ist, das meint nicht automatisch, also dieses Lernen aus Daten meint nicht zwingend, dass die KI ganz viele Spiele sämtlicher Großmeister oder so analysiert oder daran lernt, sondern eben dieses Selbstlernen am eigenen ist genau eben das, was Frau Züger sagt, dieses Anzug beweist, aber auch das ist eben datenbasiert, nur dass die Daten dann nicht von extern kommen, sondern aus dem eigenen Spiel dann. Insofern ist das an der Stelle gar nicht so verschieden, sondern was anders ist, ist eben dieses Muster erkennen oder dieses Züge entwickeln, was dann natürlich sich entfernen kann von dieser Grundanweisung, kann man sagen, aber ich glaube, da gibt es auch wieder unterschiedliche Sichtweisen drauf, also wir haben da, ich erinnere mich an lange Diskussionen zwischen Mathematikern in unserem Sonderforschungsbereich und Informatikern und dann uns als PsychologInnen, unser Verständnis von Selbstlernen war schon, dass das dann irgendwann diese Autonomie entwickelt, die Mathematiker waren sehr ganz klar, das ist nicht autonom, die Basis ist da, die ist vorgegeben und nur auf dieser Basis entwickelt sich es weiter, also das sind dann die Pole, könnte man sagen, die man an Sichtweisen auf dieses Unsupervised Learning auch haben kann. Ich finde den Begriff der programmierten Autonomie da sehr gut, den habe ich von Jan Biestelmeier, das ist nicht mein Begriff, aber wir haben eine Konferenz im November zu Infrastrukturen der Autonomie und beschäftigen uns eben mit diesem Autonomiebegriff und er hat diesen Begriff geprägt, den ich sehr gut finde, weil es ist halt klar, dass da schon etwas vorgegeben ist für diese Art des autonomen Handelns. Das ist jetzt auch nur ein Schatz oder ein Roll, je nachdem, das ist jetzt ein abgesteckter Rahmen, aber das Prinzip kann ja auch auf andere Systeme übertragen werden, zum Beispiel Auswertungen von wissenschaftlichen Untersuchungen, dass da Daten rausgezogen werden und dass daraus Schlüsse gezogen werden, die wir nicht mehr nachvollziehen können, weil das System die Schlüsse selber zieht. Aber das ist genau der Punkt, also Explainability ist, so langweilig das vielleicht klingt, aber es ist immer wieder das, worauf wir zurück müssen, also diese Erklärbarkeit, die müssen wir herstellen, die dürfen wir uns auch nicht nehmen lassen, sonst funktioniert es tatsächlich nicht, sonst funktioniert es auch nicht in einem verantwortlichen Miteinander, weil wir uns sonst vertrauen, verlassen auf Dinge, die wir nicht erklären können und das ist in der Regel keine so gute Idee. Haben wir noch weitere Fragen? Ja. Meine Frage bezieht sich jetzt auch vor allem auf die menschliche Ebene und zwar sagen wir, wir werden an dem Punkt, wo wirklich Transparenz geschaffen werden kann. Also um nochmal ein anfängliches Beispiel zu nehmen, wenn wir zum Beispiel Empfehlungsalgorithmen haben, Empfehlungen zu Produkten, die wir kaufen sollten. Wenn die Möglichkeit wirklich besteht, wenn das rechtlich quasi abgeklärt ist, inwiefern Menschen, also über die Zivilgesellschaft hinweg, sich dann auch quasi dafür interessieren. Also wie wir das machen, wie ich meine, klar geht, Ende wurde das natürlich angesprochen mit Bildung, die da vorher quasi schon in Schulen eingebracht wird oder natürlich den ganzen anderen Faktoren von Zugänglichkeit und all sowas, was dann natürlich nicht rein spielt. Aber ganz konkret, wenn man jetzt vor seinem Bildschirm sitzt und die Möglichkeit hätte, die Informationen abzurufen, ob wir wissen, was da ein Einfluss hat, dass man das auch tut, also dass das auch gemacht wird, dass da auch Interesse besteht, ob es da vielleicht sogar schon Untersuchungen zu gibt oder ähnliches. Also aus psychologischer Sicht kann man sagen, es gibt sehr, sehr viele Gründe, die dann, oder sehr, sehr viele Variablen, die einen Einfluss haben können. Das sind Persönlichkeitsmerkmale, das sind natürlich, das ist auch in der Tat auch Intelligenz, die eine Rolle spielt. Das ist die grundlegende Einstellung und das Interesse an dem, was mir da präsentiert wird. Und das ist die Art, das Setting, also es gibt sozusagen, es gibt Merkmale der Person, der Situation, in der ich dann solche Entscheidungen treffe oder mich entscheide, auch keine weiteren Informationen haben zu wollen. Und es gibt auch praktisch der Gestaltung der, ich würde mal sagen, der technischen Seite, die einen Einfluss hat. Also ich kann das auch natürlich mit einem gewissen Aufforderungscharakter gestalten oder, wie Sie vielleicht Datenschutzerklärungen kennen, so verstecken, dass die Leute lieber, oder so aversiv gestalten, dass die Leute sich lieber nicht informieren. Das ist so ein bisschen auch das, was wir an manchen Stellen jetzt haben. Also insofern, es hängt von sehr, sehr vielen Faktoren an, ab. Ich denke, dass es die Aufgabe von EntwicklerInnen ist, es so zu gestalten, dass die Schwelle möglichst gering ist, sich die Informationen zu holen. Ich fürchte aber, oder ich denke, man kann relativ klar sagen, auch aus dem, was wir jetzt aktuell schon haben, dass das Bedürfnis sehr unterschiedlich sein wird, sich wirklich so zu informieren. Ein Beispiel, das hatten wir jetzt noch nicht, all die wunderbaren Tests, die Sie machen können in den sozialen Medien. klicke hier und finde heraus, welche Traumstadt am ehesten zu dir passt oder welche Mahlzeit, was auch immer. Das sind Datensammler. Das ist nichts anderes als große Datensammler und das wird mit großer Begeisterung und sehr wenig Zurückhaltung von sehr vielen Menschen gemacht. Wie gesagt, wenn wir schauen, ich habe keine Prozentzahlen, vielleicht wissen Sie es vorzüger, wie viele Menschen eine Alexa haben. Ich möchte das nicht so gern bei mir zu Hause zuhören. Aber auch das, ich glaube oder ich weiß aus den Untersuchungen, ich habe gerade einen Vortrag darüber gehört, dass die Menschen sich da sehr viel weniger Gedanken machen, welche Informationen sie damit auch rausgeben. Also insofern, ich glaube, es ist eine Frage auch wieder der Verantwortung der Entwickler, die Informationen, ich sage mal überspitzt, ein bisschen aufzuzwingen, aber es wird auf eine unterschiedliche Interessen- und Bedürfnislage bei Personen treffen. Das werden wir auch nicht ändern können, dass es Personen gibt, die das gar nicht wissen wollen. Und wir sagen, passt schon. Das glaube ich auch. Ich glaube aber, dass wir auch Punkte erleben werden, wo für uns eine Reibung entsteht, wo wir sagen, Moment mal, das möchte ich jetzt wissen, warum mir diese Werbung immer wieder angezeigt wird. Oder ich möchte jetzt wissen, warum mein Kredit abgewährt wurde oder warum ich den Handyvertrag nicht bekommen habe. Und ich glaube, dass je mehr Berührungspunkte da entstehen, Menschen an diesen Reibungspunkten auch dafür etwas tun werden, dann diese Informationen tatsächlich zu erhalten. Und ich glaube, das ist so ein gesellschaftlicher Entwicklungsprozess, da hat sicher jeder seine unterschiedliche Hemmschwelle, wo wir sagen, also die Buchempfehlung kannst du mir geben, kannst du auch lassen, finde ich nicht kritisch, muss ich jetzt nicht wissen, warum du glaubst, das mir ausgerechnet dieses Buch gefällt, aber bei was anderem ist das vielleicht schon so, wo ich mich vielleicht persönlich angesprochen fühle, wenn zum Beispiel eine politische Werbung mir angezeigt wird. Und ich glaube, dass da schon eben in diesen Systemen Reibung entstehen wird und die kann man auch in der Forschung schon erkennen, auch nachweisen, dass diese Reibungsmomente für bestimmte Menschen an bestimmten Stellen da waren und dass sie da eigentlich gerne wesentlich mehr Informationen gehabt hätten, die oft nicht preisgegeben werden in der Zeit. Also je größer die persönliche Relevanz ist und je wichtiger die Entscheidung ist, die einfach auch abhängt von dem, was da passiert, umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass wir die Information haben wollen. Also das ist genau der Punkt. Manches ist eher amüsant, also ich glaube, wenn ich so überlege, gerade solche klassischen Amazon-Empfehlungen, ein Beispiel, was mir spontan einfällt, da habe ich sofort eine Idee, wie das entstanden ist und trotzdem ist es grandios schiefgegangen, wenn ich eine CD kaufe, Cosmic Egg heißt das Album und dann bekomme ich als nächstes von Amazon 100 schöne Eierrezepte angeboten, dann sehe ich, warum habe ich das bekommen, aber ich sehe auch, es ist schiefgegangen, der Algorithmus hat an der Stelle nicht funktioniert, aber das ist nicht schlimm, das schadet mir jetzt nichts. Und an anderen Stellen würde ich sagen, hey, wenn das bei Kreditvergabe so was passiert, solche zufälligen Assoziationen, eher Korrelationen als Kausalität genutzt wird, dann ist das nicht lustig und dann will ich es erklärt haben. Sie wollen gar nicht wissen, was der Spotify-Algorithmus mit meiner Playlist gemacht hat, seitdem ich mal ein Weißwurstfrüchte gemacht habe und die passende Musik gespielt habe. Ich leide jetzt noch darunter. Da hinten haben wir noch eine Frage. Ja, weil das auch mir auch erklärbar ist, das ist auch nicht eine gute Frage, wo es es ist immer ein wichtiges Thema, der weiß, so weiter, wie sieht es eigentlich aus, erklärbar war? Natürlich ein Bewerber. Also zum Beispiel Kreditvergabe, ich habe gesagt, der Kreditvergabe hat, warum sie das nicht bekommen haben, wenn man einen Bewerber abschickt, eine Firma, bekommt man eine Klärung, warum sie geliehen wurden, dass wir die Kreditvergabe nicht bekommen haben. Also ich glaube, natürlich, die Daten sind gewreist, ist alles klar, aber vielleicht muss man einfach gucken, man sagt, also was ist denn die Aspektive zwischen KI-System und N-I-System? Anderes Beispiel unter Russland, ein Tesla-Auto fährt, jemanden tut, ja, tragische Sache. 200.000 Menschen sterben, nur in Deutschland jedes Jahr in Autorengfällen und diese Zahl ist bereits erstaunlich unter den ganzen Techniken genau zu Haus ist. Also die Frage, was ist der korrekte Vergleich? Also das ist auch ein Vorschau- -System super wichtig, aber mäßt die da in verschiedenen Maßnahmen stehen. Ich glaube, es sind verschiedene Fragen oder verschiedene Punkte, die sich in Ihrer Aussage sozusagen verbergen. Das eine ist, was das menschliche Erklären und die menschliche Intelligenz und deren Verständnis angeht, die Forschung ist deutlich länger, gibt es schon deutlich länger als die Forschung zu der Erklärung künstlicher Intelligenz und insofern gibt es sehr viele Arbeiten zu und wir wissen, dass wir auch da Grenzen haben bei Dingen. Das heißt aber nicht, Transparent Machen von Entscheidungsprozessen durch Menschen hat in dem Fall ja sehr viel weniger mit Intelligenz zu tun, als eben tatsächlich genau damit, mit Transparenz. Und da gilt ein bisschen das Gleiche, was ich gerade auf die Frage gesagt habe. Also auch da kann man ja nur animieren, auch wieder nachzufragen, sich Dinge erklären zu lassen und immer hoffen, dass natürlich auch in Unternehmen bestimmte Dinge erklärt werden. Ich mache Trainings für Personalauswahl und sage immer wieder, Feedback muss sein, Personen müssen wissen, weshalb sie nicht angenommen wurden. Die müssen eine Rückmeldung bekommen. An sich ist es eine Verpflichtung, die man hat, genau diese Rückmeldung zu geben. Mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass das nicht immer passiert. Aber in dem Fall menschliches Versagen, genauso wie natürlich leider bei all den Verkehrstoten, die wir haben. Der Anspruch an eine Neuentwicklung ist aber aus meiner Sicht nicht, und ich meine, das ist auch immer genau die Logik, nicht es auch leidlich so okay hinzukriegen, wie es der Mensch hinbekommt, jetzt mal ein bisschen lax formuliert, sondern wenn ich über eine Alternative in zum Beispiel einem Entscheidungsprozess nachdenke, dann sollte die an sich besser sein als das, was wir selber hinbekommen. Und das ist eben das, was wir nicht haben, wenn wir die Bices genauso haben. Aber sie kann eine sehr, sehr wertvolle Unterstützung sein. Also alles, was Frau Züger und ich sagen, geht aus meiner Sicht in keiner Weise dahin, sagen, um Himmels Willen, künstliche Intelligenz ist etwas, da sollten wir Abstand von nehmen oder wir sollten die Forschung dazu lassen, sondern wir sagen, man muss es mit Bedacht einsetzen, man muss sehen, wo hat es den Nutzen und wo hat es den nicht. Und an manchen Stellen suggeriert es uns aktuell noch mehr Nutzen als es hat und an anderen ist es jetzt schon sehr, sehr wertvoll. Aber ich denke nicht, dass es ein gutes Ziel wäre, zu sagen, wir kriegen das genauso gut hin wie Menschen, sondern wenn ich in ein autonomes Fahrzeug mich setze, sollte ich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass ich eben nicht in gleicher Weise unfallgefährdet bin, wie wenn ich das Fahrzeug selber steuere. Also ich denke, das ist die Abwägung und die Referenz ist tatsächlich das ist besser hinzubekommen. Das ist wahr, aber ich glaube auch nicht, dass das der Grund ist, warum das noch nicht verbreiteter ist, sondern es sind eine Reihe anderer ungeklärter Fragen, die sozusagen dann auch mit der Programmierung der Fahrzeuge für eine sehr große Verschiedenheit von Situationen zu tun hat. Und es gibt in dem Moment, wo sie unvorhergesehenere Situationen haben und das Fahrzeug kein Handlungsmuster dafür hat, in dem Moment kommen wir an Schwierigkeiten. Und das sind oft Situationen, wo Menschen sehr wohl Handlungsmuster haben. Was klassisch immer als Beispiel genannt wird, ist eben, wenn solche Entscheidungssituationen anstehen, bremse ich, wen schütze ich, den Insassen oder den Passanten oder ähnliches. Aber grundsätzlich natürlich, wenn man da reduzieren kann, das ist gut, aber wenn ich eine solche Technik auf die Straße stelle, dann muss ich sicher sein, dass sie der Komplexität der Situationen, die sich dort stellen können, auch gewachsen ist. Vielleicht noch ergänzend, ich glaube, das sind zwei sehr unterschiedliche Beispiele, die wir jetzt hier im Raum hatten. Das eine mit dem autonomen Fahren. Da ist es im Moment so, es gibt so eine Skala von wie autonom Fahrzeuge im Moment sein können und es gibt fünf verschiedene Stufen und die fünfte Stufe wäre die, wo Menschen nur noch Passagiere im Grunde sind in dem autonomen Fahrzeug, aber auf dieser Stufe sind wir nicht, das können Autos derzeit noch nicht, zumindest nicht in unserem normalen Verkehr. Das können sie vielleicht auf einer Teststrecke, die völlig abgeriegelt ist, aber nicht in unserem derzeitigen Verkehr. Da sind wir auf der Stufe 3, die bedeutet, dass die Systeme bestimmte Funktionen übernehmen können, dass aber der Mensch immer noch in der letzten Verantwortung ist einzugreifen. Das heißt, wir haben diesen Vergleich noch nicht so gut mit, das machen die autonomen Fahrzeuge alleine und das machen quasi die menschlichen Fahrer. Das haben wir noch nicht in einem realistischen Setting, dass wir das so vergleichen könnten. Zu dem anderen Beispiel mit der Kreditvergabe. Also ich glaube, wenn ein Kredit verwehrt wird, dann gibt es eine Erklärung dafür und ich würde mir wünschen, als derjenige, der quasi am nicht empfangenden Ende sitzt, dass es diese Erklärung nicht nur gibt, ich würde mir sie auch transparent wünschen, aber ich würde mir auch wünschen, dass es dafür auch gute Gründe gibt innerhalb der Institutionen und ich glaube auch, dass es die geben würde und würde davon ausgehen, dass diese nicht diskriminierend sein dürften. So und das haben wir ja zum Beispiel auch in diesem Rechtsurteil gesehen, dass das schon auch irgendwie die Logik ist, der wir verfolgen. Wir wollen Erklärungen für Dinge und gerade wenn es zum Beispiel um staatliche Vergabungsverfahren geht oder um sonstige Verwaltungsprozesse, dann wollen wir und haben auch das Recht auf Erklärung. Und das ist schon, glaube ich, für unsere Gesellschaft sehr wichtig, dass es diese Rechenschaftspflicht an ganz vielen Stellen gibt und wenn wir technische Akteure einsetzen wollen, dann brauchen wir diese selbe Rechenschaftspflicht auch bei diesen technischen Akteuren und dürfen die da auch erwarten. Das ist natürlich alles auch völlig richtig, was Sie gesagt haben, dass wir uns auch immer fragen müssen, was erwarten wir da von Menschen und was quasi passiert, wenn wir das durch technische Akteure ersetzen, aber ich glaube, in vielen Bereichen ist dieses Grundprinzip davon, dass es Erklärungen für Entscheidungen geben muss, ein Wichtiges für unsere Gesellschaft. Ich würde mit Blick auf die Ohr noch eine letzte Frage, ich glaube, dahinten war für uns noch eine Hand, ja. Ich hoffe, die Frage passt hier rein, ist denn Datensicherheit von Trainingsdaten ein großes Thema momentan? Das wird davon gehört, aktuell bei den Maschinenhörtenverfahren werden viele Trainingsdaten, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Gesichtsdetektor nehmen, kann es sein, dass ich die von GitHub-Potterlade verkaufe und dann einzelne Gesichter rekonstruieren kann, die zum Trainingsdienst vorgehen, auch wenn die Personen gar nicht sich bewusst sind, dass es möglich ist, dass man die rekonstruieren kann. Vielleicht war es sich der Entwickler auch gar nicht bewusst, dass man aus dieser künstlichen Intelligenz Durchschlüsse auf die einzelnen Trainingsdaten zieht. Also in dem Thema bin ich jetzt auch keine absolute Expertin, also ich bin niemand, der sich so ganz intensiv mit Sicherheit von Daten beschäftigt. Zwei Dinge kann ich aber dazu sagen. Einerseits werden ganz viele große Trainingsdatensätze aus zum Beispiel Daten von Reddit genutzt. Also große Foren werden einfach komplett gescrapt und zum Beispiel auch der größte Datensatz an Sprachdaten, der existiert, wurde einfach von YouTube gescrapt. Also das sind Daten, wo Unmengen an Menschen drin vorkommen, die das alle nicht wissen und alle nie dazu eingewilligt haben, Teil dieser Datensätze zu werden. Ich würde schon sagen, das ist erst mal ein ganz grundlegendes Datensicherheitsproblem. Ja, was aber quasi dadurch, dass diese Daten im Netz verfügbar sind, ja, erst mal so existiert. Und das, was sie beschrieben haben, dass einzelne Personen oder auch zum Beispiel einzelne Aussagen aus Trainingsdatensätzen wiederum rückidentifiziert werden können, das gibt es schon. Es gibt zum Beispiel eine Seite, die heißt, glaube ich, Am I in Porn, wo zum Beispiel computergenerierte Gesichter in Pornografie verwendet werden und man herausfinden kann, ob das eigene Gesicht quasi für diese Figuren, diese künstlichen Avatar-Figuren in der Pornografie verwendet wurden. Ich glaube, aber es ist ein Thema, was noch nicht so sehr im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist, was aber durchaus eine Rolle spielen kann. Ja, und in der Forschung ist es ein riesiges Thema, also die Frage des Datenschutzes, wenn wir mit solchen Datensätzen arbeiten, Reidentifikation ist etwas, was definitiv nicht möglich sein soll und das müssen wir auch sehr eindeutig nachweisen, sonst dürfen wir die Forschung nicht machen. Also im Forschungskontext ist es ein ganz großes Thema und auch natürlich, wenn wir wieder bei den Regulierungen sind, auf rechtlicher Ebene ist es auch ein sehr, sehr großes Thema. Also die gesamten, diese gesamten Entwicklungen im Bereich großer Datenmengen gehen immer auch einher mit gleichzeitig den Überlegungen zur Datensicherheit. Ich denke, das kann man sehr klar sagen. Aber auch hier gilt, es sind halt einfach irre viele Daten in der Welt. Ich darf keine Daten verwerten, von denen ich die Person nicht um Erlaubnis gebeten habe und ihnen gesagt habe, wofür ich die auch weiter verwerte. Aber an anderer Stelle greifen da noch zu wenig Regularien, kann man sagen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Dann bleibt mir noch Danke zu sagen. Danke, jetzt fällt mir ja alles runter. Danke, Frau Strobel, danke, Frau Züger, für diesen tollen, interessanten Einblick ist es ja nur, den wir hier geschafft haben. Danke an die Technik für die improvisierte, hybride Veranstaltung, die hervorragend geklappt hat, zumindest aus meiner Sicht. Danke auch ans Team von der Pochen Biennale für die Einladung und natürlich auch Danke an euch, dass ihr hier wart. Sagt allen euren Bekannten, Freunden, Familie Bescheid, die sollen sich doch die Ausstellung angucken. Die ist nur noch diese Woche, wenn ich das richtig verstehe. Kommt vorbei und kommt gut in den Abend. Macht's gut. Applaus 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 Vielen Dank.